Na, 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 na... Ja, äh, wieder im Blasting allerdings. Jetzt mit, äh, wenn wir mal kurz mit der K2, auch im Equipment. Ähm ... Ja, damit sollte ich das Ganze hinkriegen, falls das mit der Vector nicht klappt. Na, lass ich jetzt erstmal so. Ich versuch's mal wieder mit dem Weg. Manchmal gehen ein paar Leute den, manchmal nicht. Hab auch schon erlebt, dass vier Leute das gemacht haben. Mann. Was ein Käse. Dafür brauch ich dann wirklich die hier. Dann hilft mir dann die Vector nicht. Aber naja. Da war einer. Wow. Wallshot. Ach, da kann man durchschießen. Gut zu wissen. Da war einer, da war einer, da war einer. Was? Nein. Vergiss es doch nicht, die... Oh. Hm. Oh oh. Das ist nicht gut. Ich bin, glaube ich, jetzt in der Loser-Mannschaft. Doys X, oder wie der heißt. Ist relativ gut, bis sehr gut. Von daher bin ich relativ bis sehr angeschissen. So könnte man es zumindest sagen. Oh. Schein. Erstmal komplett durchgerannt. Ach so, ja. Die Pferdemaske, die habe ich gerade erst gewonnen. Die habe ich 24 Stunden, deswegen setze ich die auch gerade ein. Ähm. Von daher. Das wird eine Nummer. Okay. Das Ding hätte ich mir nehmen können. Das sieht cool aus. Hm. Na, komm schon. Schnell, 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 schnell. Oh oh. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Nope. Das habe ich so ewig nicht mehr gehört. Aber echt Ewigkeiten nicht mehr. Das ist wirklich unglaublich. So, einmal. Zweites Mal. Wow. Wieso habe ich den nicht mit der Granate erwischt? Im Ernst, wieso habe ich den nicht mit der Granate erwischt? Oh Mist. Da war rechts einer, da war rechts einer, da war rechts einer. Oh Gott. Mann, 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 war das schlecht gerade. Ja, die hätte ich mir holen sollen. Nicht viel. 30er Magazin. Die Schüsse kamen aus dem Gang, nehme ich mal an. Äh. Da oben war einer. Oh. Komm schon, komm schon. Ich habe nur noch. Nein. Wieso haben wir den wieder im... Ach, vergiss es. Wir sind geliefert. Die Bombe explodiert. Hat er keinen Bock? Ist der AFK oder was ist ab? No kill? Wieso ist der denn AFK gegangen? So ein Idiot. Gut. Andi locateen. Stop them from planting the bomb. Scheibenpreise, da habe ich nicht in einer langen Schreckung nachgeladen. Verdammt. Wir sind am Arsch. 0, 3, 4. Was? Ich bin in vier Runden, in vier Runden habe ich keinen getötet? Was ist das denn für ein Käse? Gibt es ja einfach nicht. Das ist jetzt echt kacke. Wieso sind wir jetzt auf einmal so schlecht? Jetzt wechseln wir aber noch auf Attack. Das wird lustig. So, dann kommt ihr euch mal da rum. Dann gucke ich mal, dass ich hier vielleicht was erledigen kann. Okay, anscheinend ist da niemand mehr. Mal fest nachladen. Oh nein, das war eine Gas... Was auch immer. Gasgranate. Okay. Wenn wir hier auf Attack sind, kann ich ja mal kurz die Bombe legen. Okay. Shit, nein. Oh shit, voll am Arsch. Oh man. Wow, da kam noch einer. Coole Sache. Hat es sich ja mal gelohnt. So, dann können wir nochmal versuchen. Da hast du wohl Gas. Wow. Okay, ich bin angeschmiert. Ja, genau. Wie soll ich das denn bitte überleben? Danke Leute, ihr seid echt eine große Hilfe und... Oh man. So ein Müll. Pfff. Das war 9, in mir. Ok, so ein Müll. So ein Müll.